Ihr schafft das Links, oder? Ja, haben wir nichts? Ja, komm. Ja, gut. Nice. Perfekt, gutes Teamwork. So, ich gehe mal eben zurück zur Base, ja? Ich will mich eben neu skillen. So lange haltet ihr das ja bestimmt aus. Wir sind ja kein gutes Team. Ich halte hier links die Stellung, hier kommt auch nichts weiter. Ja, okay. Perfekt. Dann bleibe ich erstmal provisorisch in der Mitte. So, dann holen wir den mal. Ich könnte sonst auch gleich rechts ein bisschen Hilfe gegen Greystone gebrauchen. Ja, klar. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich komme auch. Nee, bei dir ist fängt man auf. Bleib du mal da, hau jetzt, dann geht es rechts rüber, oder? Nee, was machen wir da im Dschungel, ich komme mal mittig, weil da kommen jetzt ziemlich viele gerade. Also es sind gerade zu drüben in der Mitte. Ja, gut. Ist Greystone auch rüber? Glutschi, bleib du mal rechts, falls da einer kommt. Kein mehrer ist nach rechts unterwegs. Okay. Ja, kann er machen, von mir aus. Steel, du kannst nach rechts kommen. Ich glaube, nach, äh, nicht nach rechts, in die Mitte. Ja, da ist er schon. Ich komme alle zu dir rüber, zieh dich zurück. Ich versuch's dir im Dschungel, äh, wo... Oh shit, der hat Schadensbuff. Uncool. Ich werde sterben, glaube ich. Ich werde sterben lassen, aber ich... Hau ab, Alter. Einfach laufen. Kann ich nicht. Scheiße. Hast du? Na. Nee, hab ich. Scheiße, man, jetzt hab ich die verkackt. Aber ich hätte die nicht. Ich muss hier weg. Ich muss hier erstmal weg. Fuck. Braucht ihr mal meine Hilfe? Kann ich irgendwo ausmachen? Ich bin tot. Ich glaub, die kommen jetzt von links, wenn ich das da grad richtig beobachte. Gut, ich kümmere mich mal um Chimera auf der rechten Seite. Wo ist der Empfang Maul jetzt schon wieder hin? Ja, pass auf, der ergützt sich grad an unserem Minions. Mit den Minions. Also links möchte ich Unterstützung. Bin auf Weg nach links. Wo ist der? Wo ist denn Kremiere? Er geht jetzt wieder in den Jungle. Der war unter Half-Life. Wahrscheinlich ist er zurückgegangen. Der kommt jetzt bestimmt hier. Der ist hier oben. Murdoch. Murdoch. Scheiße, was macht Murdoch hier oben? Will er ihn in Hibit-Boar angreifen? In der Mitte sind zwei. Fengmau und noch irgendeiner. Greystone. Gut. Ich komme mal zu euch rüber. Ach, ja, die sind hier zu viert. Ja, die sind hier zu viert. Ja, die sind hier, ne? Aufrufen, aufrufen. Also, wenn hier noch mehr Unterstützung ist, dann kann ich von hier oben rauf springen dann. Oder spätestens, wenn sie hier im Turm reingehen. Ich würde mal sagen, dass wir zu viert. Ein bisschen, ja. Komm, lasst Faye holen. Okay. Soll ich euch unterstützen? Na bitte. Alter, wie viel Leben hat die noch? Na bitte, Vorsicht. Aua, 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 aua. Scheiße. Na gut. Die hast du mal weg. Holt euch Faye. Was hat Faye denn bitte alles geskillt? Okay, Schutz, Schutz. Alter, ich habe dir meine R1 und meine Ulti reingehauen und danach hatte sie noch so viel Leben. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ich mache irgendwie so wenig Schaden an dem. Schon komisch. Die haben so einen Sammler gekrimst. Frech. Geht gar nicht hier. Der arme Sammler. Rechts ist Fang Mao. Ja, ich gehe da gleich mal hin. Greystone ist hier in der Mitte. Der steht da wieder rum. So. Ich bin nach rechts unterwegs. Alles auf den Tower. Scheiße, er kriegt ja den... Na, Mann. So, stirb. Nein! Er hat sich weggeportet. Hier, äh, Prime, hast du deine Ulti? In fünf Sekunden. Wo ist er? Du musst ihn angucken, sonst kann ich da nicht hinspringen. Ja, ich konnte gerade nicht. Er ist irgendwo in den Jungle rein. Der ist weg. Scheiße. Ja, der hat unseren Turm angegriffen und dann habe ich ihn attackiert. War auch fast tot. Und dann ist halt diese Mauer da hochgesprungen. Und da komme ich halt nicht hinterher. Scheiße, Mann. Jetzt hätte ich hinspringen können, jetzt ist er weg. Kamera in der Mitte. Jawohl, Alter. Ja, Mitte ist Party. Ja, ich sehe es. Ich bin zufällig in der Mitte. Ich habe ein paar Leute eingeladen, die kommen. Äh, da gehe ich nicht längs. Äh, ja, ich bräuchte immer einen, der mir hier so ein paar... Ja, gleich da. So, bin da. Ey, 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 ey. Wo wollen sie hin? Kommen sie zurück. So. Was soll ich mit denen? Okay, das ist scheiße. Oh, oh. Oh, fuck. Gut, äh, ja, ich würde dir gerne helfen. Achtung, hinter dir. Kein Meerer, komm. Oh, scheiße. Fuck, Alter. Scheiße, Mann. Oh, 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 moin. Ich habe nicht mehr viel Leben, ich halte nicht viel aus. Aber dafür habe ich ordentlich rei. Ja, ich bin schon dabei. Ja, ich bin schon wieder auf den Weg. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich habe zu wenig Mana. Ja, ich bin schon mal frei kommen. Nein, ich habe es mit. Warum schießt du nur deinen Geht? Oder trifft du alles? Das schießt dann ... Scheiße. Er hätte Payday grad ausschalten können. Der typische Spieler, der hier begegnete. Ich hatte letztens einen dabei, der hatte auch noch so einen Namen, der hieß irgendwas mit Skill-Up. Der macht einen Kill, stirbt 20 Mal und geht. Ach du Scheiße. Und das war in Minute 7. Was? Der ist wirklich so oft gestorben und du kommst nicht mehr hinterher. Hat einen Kill gemacht anfangs, ich dachte echt, der kann was, weil das war schon nach glaube ich einer Minute. Und ja, dann hat er einfach mal geläftet. Ja, kann man mal machen. Ich würde mich jetzt mal links pushen, mit wenigstens Wertpowerfeld. Ja, wollte ich auch gerade sagen, wir müssen auch mal echt aus der Verteidigung raus. Ja, ich bin schon links. Okay, dann kommt, ich schieb's dir. Aber Achtung, hier kommen wieder alle zur Mitte, ne? Ich glaube, wir müssen die Verteidigung. Versucht das zu halten, nur zu verteidigen. Ja, wenn mir hier einer hilft, ich bin alleine, alleine schaffe ich das nicht. Sonst geh du Mitte, dann mach ich hier längst alleine. Ja, dann mach ich das links alleine. Ja, kriege ich hin. Nein, schuldigung auch schnell her, denn wo bist du? Beeil dich, wenn es geht, die sind gleich da. Die jagen gerade unsere Minions, Faye kommt im Jungle rüber. Ja, das haben wir aber gleich weg. Die anderen beiden auch. Kamera kommt auch zu im Jungle zu, ich bin da Vorsicht. Okay. Ein Mau ist auch unterwegs, also da kommen eigentlich alle. Okay. Dann Rückzug. Ah, fuck, die kommt von hinten. Oh, shit. Ja, ich versuche euch zu helfen, weil ich gehuse. Also ich bin weg. Wie sieht's bei dir aus? Fuck, Alter. Ah, das ist doch ärgerlich. Ah, ich geh drauf, ich geh drauf. Ich hab versucht, euch noch zu wetten. Wir müssen auf jeden Fall mal aus der Verteidigung raus. Deswegen verlieren wir irgendwie auch meistens. Weil wir nur am Verteidigen sind. Und die ziehen den Turm halt weg, wenn die zu 5 kommen. Ich guck mal, was sich in der Mitte machen lässt. Oh, Gott. Oh, Moment. Ich komm links rüber. Die überrennen uns grad links. Wärter weniger. Ja. Aber für ihn allein ist es so schwer, obwohl er eigentlich nur seine Ulti der Rennen holen müsste. Hallöchen! Nein, komm doch her, du, zack, äh. Ah, scheiße. Schwessen abstehen mit der Kanone von JZ5. Hau mal. Versuch noch ein bisschen Zeit zu schinden. Ich komm dann rüber. Ja, die zieht sich gerade alle zurück, bis auf Faye. Die verhört hier noch ein bisschen. Macht jetzt aber auch einen Abgang. Ich würd sagen, wir gehen einfach mal links jetzt weiter und versuchen, da den Turm wegzuhauen. Ich würd Mitte R sagen, oder? Weil der Turm ist schon fast weg. Ja, der ist schon angelettet. Ja, gut, dann lass mitten. Ja, ich komm auch sofort. Ja. Moment, ihr geht da schon zu zweit hin? Dann geh ich rechts mal. Da schon mal ein bisschen vorpushen. Ich durchlaufe gerade nur den Jungle, um zu gucken, ob sich hier einer versteckt. Murdoch ist schon mal links. Wollen wir den holen? Ich hab hier auf den Gauern, da Buck, ja. Ja, ich seh's. Alter, was macht der für ein Damage? Ach nee, Murdoch mit seiner Holt. Wir haben beide Damage, wie kann denn das passieren? Alter. Ja, das ist das Paragon. Willkommen. Ja, da gibt's einige Dinge, die ich da so nicht groß preise. Ja, das stimmt wohl. Das kann nicht sein, dass in der ersten Minute schon einen Freimann-Druck auf eine Line direkt in Power geht und jemand ausschaltet. Ja, das hat nichts mit Mobile zu tun. Das mit dem Feed müssen sie runtersetzen, dass du das Bursch so einen großen Schub kriegst. Das weitere Spanencing von den Charaktern funktioniert nur bedingt. Aber dafür sind sie ja noch in der Alpha und Beta. Alter, Murdoch, der steht einfach mal neben mir. Braucht ihr Hilfe? Nee, alles cool. Ja, okay. Der Mau, hau doch ab. Was macht Hofezotter? Sicher, dass... Alter, war ich gerade am Schwitzen. Ich hab wirklich nur noch einen Schlag in dich eingesteckt. Mach mich unsichtbar. Greystone läuft nach vorne, versucht mich weiter zu schlagen und ich steh hinter ihm. Ja, aber Hofezotter hat euch gerade gar nicht geholfen. Der hat vorne alleine sein Ding gemacht. Ach ja, das war doch gut. Ich bin unterwegs. Und erst mal in die Base und da lebe... Jetzt läuft... Oh, nee, scheiße. Also zu euch nicht anders. Ja, die Hilfe könnte ich auch gebrauchen. Ja, Globschi, er kann Greystone sich wiederbeleben oder nicht? Wahrscheinlich. Ja, gut, dann lassen wir das mal. Ja, ich komm rüber. Da kriegt jemand auf die Fresse. Das kann nicht sein. Komm her, du. Sack. Alter. 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 Ich hatte mich schon gefreut. Das war aber auch echt zeitgleich. Ich bin gerade auf ihr gelandet. Du sagtest so, das kann nicht sein, dass sie abhaut. Ich dachte, komm, hau Ulti rein, dann holst du ihn noch. In dem Moment seh ich er springen. Ich dachte, fuck. Aber ich war schneller als du. Es sind zwei im Spawn, also es wäre gut, so langsam zum Alpha zu gehen. Ja. Wollten wir mal. Schafft Chimera das alleine? Ähm, ich könnte es versuchen. Ja, sonst komme ich zur Unterstützung der restlichen Freitag. Also, Greystone würde das alleine schaffen. Mit dem habe ich das schon oft gemacht. Aber... Ja, es dauert halt anderthalb Minuten, aber das ist dann auch erstmal scheißegal. Nee, nee, so lange braucht der nicht. Ich habe ungefähr eine Minute gebraucht. Weil du verlierst kein Leben, du kannst dich wiederbeleben zur Not. Und der macht doch eigentlich sehr guten Schaden. Ich würde da abhauen, Typen leider. Oh mein Gott. Das hängt mal. Vorsicht, Vorsicht. Was? Ich würde mich zu gern einmischen, aber es bringt nichts, wenn ich nicht opferde. Naja. Ich hasse es immer. Das ist das Problem, wenn ich solche charakterisch... So, ich versuch's da mal. Gehen wir jetzt hier auf den großen oder wie? Ich versuch den gerade. Ich versuch jetzt erstmal die beiden hier abzuwehren und dann holen sich die, äh, ja, den der zieht mir ganz, der zieht mir ganz schön Leben ab, muss ich sagen. Aber, ja. Ja, 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 jetzt mach ich wieder Plus. Wir sind hier beim Kern und haben gerade ein bisschen Probleme, aber ich denke mal, das... Ey! Das ist übel, weil das mal die Lebensregeneration unterbricht im schlimmsten Fall, ey. Achtung, wir kommen zu euch! Ja, tschüss. Scheiße. Komm, ich... Ah, das schaffe ich nicht wegzukommen. Ja, frisst du Schlampe. Wennst du dritt. Ja, wohl, und dann kommt kein Mäber auch noch. Ja, und ich habe euch Vorarbeit geleistet. Danke. Ich hau hier gerade alle Supermini weg, dann kommen die schon mal nicht zum Knochen. Ja, die holen sich gleich den Auer ab. Ja, scheiße, ey. Auf ein Drittel runtergeschlagen. Ja, toll, und dann stürmen die ja. Aber woher wussten die das? Keine Ahnung, wahrscheinlich im Jungle vorbeigerannt und dann gehört, dass ich da drauf einkloppt. Ja, so, ja, gut. Das könnte sein. Ich bin jetzt voll geskillt. Ich habe vorhin leider einen Fehler gemacht und eine Karte weggehauen. Aber die hat nur Leben gebraucht, also so ein großer Unterschied ist es jetzt nicht. So, ich... Braucht hier echt Hilfe mit den Superminions, glaube ich, oder? Ach, ihr kümmert euch lieber um den Orr, vielleicht wenn ihr den ja da weglaut. Ja, Alter, ihr macht zu viel Schaden, das ist so unnormal. Na, das Problem ist, der Orr wird nicht alleine sein. Ne, zwei... Ja, genau. Drei... Vier... Scheiße, sind da viele. Auf Hay, Feng Mao, Murdoch und, äh, Greystone. Ach, du Scheiße, kommt der Nächste. Alter, der Kaimera. Kannst da es... Nee. Ich gehe mal schnell links rüber, dass die den, äh, Inhibitor nicht kriegen. Ja, Vorsicht, da müssen wir jetzt alle aufpassen. Ah, da kommen sie auch schon angegeistert hier. Ich bin auch auf dem Weg. Murdoch und Feng Mao. Hm. Äh, Kaimera kommt auch noch. Äh, das wird jetzt, das wird jetzt echt verdammt sein. Agri, dass die den Orr abgestaubt haben, das liegt nicht mehr auch so. Boah, jetzt hätte ich echt so gerne Savorok im Team, der von hinten kommt und die in den Turm boxt. Das hatte ich gestern in der Runde. Das ist eine Decker, die die in einem Kreis einsperrt. Das wäre so. Am besten reinboxen und dann einsperren. Ja, perfekt dieses Duo wäre das. Ja, haut mal ab, haut mal ab. Oh, Moment, Face in der Mitte, sagen wir doch mal hallo. Oh, 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 oh. Ja, genau, genau. Ich wollte gerade auf Murdoch gehen, aber da kommt gleich der Mau noch hinterher. Du stirbst. So. So. So mag ich's. Komm, den holen wir uns. Aufs Fressbrett. Jawohl. Gut, den haben wir. So, ich geh mal auf. Äh, ja, der ist hier in der Menge drin. Nice. Der ist auch weg. Alter, wie viele Minions hier sind? Ja, wie viel Schaden die rein und ich mein, gut, ich bin Kalari, aber... Ich hab gerade auch gut was reingekriegt. Äh, links ist Faye, glaub ich. Äh, warte, wo links? Links, ja, ich glaub nach rechts. Wo links? Wo links? Links, was? Ey, ey, ey. Das Gute ist... Ja, Moment, Moment. So, hab sie. Ich brauch Hilfe. Oh, Pflanze. Jawohl. Ja, gut, den haben wir auch schon mal. Das Gute ist, die haben jetzt alle ihren Vollmerk. Ja, ich auch. Oh, unser Kern hat noch viel Leben, sehe ich gerade. Äh, oh, ja. Oh, ja, fast voll. Ja, kommt drauf an, wie man guckt. So. Wie gesagt, verteidigen, ich mach genügend Schaden, aber... Das Problem ist halt, wir haben den Inhibitor in der Mitte und rechts verloren. Ich mach 285 Schaden kritisch, das ist ganz gut. Kritisch bin ich bei 800, aber... Ja, aber ich schlade auch schnell zu, ne? Murdoch schießt ja ein bisschen langsamer, glaube ich. Ich hab ne Angriffsgeschwindigkeit von 200. Das ist gut. Ja, Achtung, Klubschikarier, das ist ne Karriere. Ja, kann er von mir aus gerne haben. Ich hab grad nen Damage-Buff gekriegt. Wir mögen uns halt. Ja, Junge, keine Chance, ey. Ich hab mir gerade den Schadens-Buff geholt. Er hat nicht damit gerechnet, dass ich hinter ihm war, weil er hinter dir war. Ja, das Ding ist, er hätte mich sowieso nicht flachge... Äh, er hätte mich nicht flachgelegt, wollte ich gerade sagen. Äh... Die laufen hier durch den Jungle. Gehen jetzt mit ihr. Ihr habt sie schon bei euch. Die Warnung kam sehr früh. Die Warnung kam durch die Mitte, ja. Bin unterwegs. Ich versuch mal, hier zu kommen, euch zu helfen. Wobei, man macht dir das mal. Ich guck mal, ob ich links durchkomm. Wobei da Greystone gerade Hallo sagt. Ich bin bei euch. Ich würd gern draufgehen, aber Mörder macht so viel Schaden. Ich mag ihn nicht. Das nimmt er jetzt persönlich. Ich hab mir jetzt noch weggenommen. Ich dachte, ich bin schnell genug, aber... Naja, gut. Irgendwann ist der Tote auf uns an. Wie viele habt ihr da? Ihr habt da zwei. Alles klar. Das heißt, Greystone ist alleine. Dann kommen wir mal kuscheln. Komm mal her. Komm her. Achtung, wir gehen zum Kern. Leute, wir gehen zum Kern. Weck mit dir. Gut, so. Alter. Willst du auch passen, hey, hol sie dir, wenn du kannst. Zwölf prozent. Ja, gut. Nice. So, jetzt muss ich schnell links rüber und gucken, ob ich Greystone jetzt wegkriege. Weil gerade konnte ich in die Ulti ziehen. Ja, ich hab ihn gerade die Ulti gezogen. Achso, okay. Wenn ich ihn jetzt facen kann, dann wird er sterben. Ähm, ich würd zurückgehen, ne? An deiner Stelle hier, Martin. Ich komm weiter hin und mach das. Doch, der ist da noch. Alter, Junge, du bist hammerdumm. Ja, wie viel, die ziehen. Das ist super. Okay, dann tschüss. So. Oh, oh. Klubschi-Kamera ist bei dir. Ja, ich seh's. Und er hat Schadensbuff. Hallo. Kuscheln. Ja, ich würd an deiner Stelle laufen statt Kuscheln. Ja, geht nicht. Er hat mich angesprungen. Alter, wie die gay, die hier heute draußen sind, ne? Ah, scheiße. Oh, Mann. Die kommen jetzt hier nach links. Ich bräuchte da mal Hilfe. Sagt er ja und steht in der Mitte. Nee, diesmal bin ich links. Diesmal hab ich drauf geachtet. Oh. Okay, ich hab gerade falsch geguckt. Das sah aus dem Kamerawinkel ein bisschen wie die Mitte aus gerade. Alles klar. Ich bin in der linken Mitte, weißt du. Ach so. Wieso kommt die Kerne? Ich brauch Hilfe. Ich bin doch schon unterwegs. Ach so, ja. Gut. Hab ich nicht gesehen. Ich war noch beim... Die rasieren die Minions da einfach weg. Oh, und jetzt kommt er mit seiner Ulti. Die müssen eigentlich nur den Kern angreifen, dann war's das schon. Wieso verliert denn den Kern so viel weg? Der hat gerade zwei Prozent verloren. Ich bin der Super-Minion-Trend. Ich brauch' dir mal Hilfe. Fuck ey. So, ich komm zum Kern. Den Inhibito hier müssen wir aufgeben. Achtung, Frank Mau, kommt noch rüber. Ah, das Match ist ja eh verloren. Aber wir haben es lange rausgezögert. Also die Gegner scheinen schlecht zu sein. Ja, stimmt. Okay, scheiße. Aber es war trotzdem eine gute Runde. Also das Spiel noch nicht kennengelernt haben. Sehr nice. Ja. Gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir haben lange durchgehalten, obwohl es eigentlich schon zu Ende war. Wir haben noch alles rausgeholt. Ja, ist relativ ausgeglichen gewesen. Ja, wir haben auch 16,4 Farben insgesamt. Nicht schlecht. Hat auch jedenfalls Spaß gemacht. Wir sagen auf jeden Fall Danke fürs Zusehen. Lass gerne einen Daumen hoch oben da natürlich, wenn ihr Lust auf mehr Paragon habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt passt die wieder mit dem Videomaterial. Boah. Von mir aus können wir noch eine Runde spielen. Auf jeden Fall. Das ist die struggat costs. Ich kann euch das sehr interessiert, nicht nur zu sein. Ich kann mich doll etwas altrehen. Ich kannая dirait, oder? Und das ist Mag on wez un сильными.